Und wieder zurück bei Brutal Doom nach einer kleinen Pause. Ich habe mich an was gefratzt, denn ich hatte, harte, harte Hunger. Und jetzt sind wir dabei, den letzten Fetzen noch zu beenden, wo es zu beenden gibt. Vorsichtig, in der Hoffnung, dass wir hier einfach wieder rauskommen, wie wir reingekommen sind. An einem Stück meine ich nämlich. Ach du Kacke, hier ist der Key. Okay, ich bezweifle aber, dass ich den Key einfach so bekomme. Da ist eine Tür. Eine Tür. Oh, was ist hier? Ein blaues Feuer. Hä? Ich kann es nicht anklicken. Kann ich es boxen? Nö. Okay, wir haben ein normales Feuer, ein grünes Feuer und ein blaues Feuer. Und eine weitere Tür. Wie er geguckt hat so. Alter, Freund. Okay, anscheinend ist das Gebiet noch nicht ganz gecleared. Hier sind die Panzer. Ach du Kacke, aber hier oben war frei. Äh. Äh. Ähm. Okay. Was? Warum? Na was, es passt sich doch immer bei allem so auf, was ich mache. Oh. Oh. Okay. Oh, was ist das? Was? Der war tot und hat geschossen dabei. Willst du mich erarschen? Ach stimmt ja, die Plasma-Kanone. Da ist ja noch eine Plasma-Kanone. Ein Secret. Wurde ich noch gucken, wo ich da hinkomme. Mit die Päckle. Äh. Also ich werde den... Oh, Moment mal. Bringt das was? Hoffentlich. Ich werde den Wald jetzt noch ein wenig erkunden. Äh, den Wald. Den... Hof noch ein wenig erkunden. Hier kann ich nicht raus. Ich glaube aber nicht, dass hier noch irgendwo was ist. Ich denke, ich muss jetzt echt den roten Key mir krallen. Ja. Hier ist alles frei. Okay, alles klar. Dann gibt es jetzt den roten Key. Dann laufen wir mal zu der roten Key-Tür. Und dann hoffe ich mal, dass ich doch jetzt bald mal... ...noch irgendwie das Secret finde und dann das Level beend. Oh. Oh, das Level ist echt fucking hart, man. Okay. Scheint nichts zu sein. Die rote Key-Tür war auf der anderen Seite. Äh. Sicherheitshalber immer die Minigun am Laufen lassen. Vor lauter Angst. So, aber wo war die? Okay. Hinterhalt. Aber aus der Entfernung... ...hab ich die beste Chancen. Noch mehr? Geh weg. Macht ihr nur. Kommt nur. Ich hab genug Munition für euch alle. Hoffe ich. Na? Von wo sind die jetzt gekommen, bitteschön? Die sind doch da einfach wieder gespawnt, die Ratten. Oh. Ne, je näher die kommen, umso gefährlicher sind sie. Am besten sind sie ganz weit weg von einem. Da hat man die besten Chancen. Okay. Von wo sind die jetzt gekommen? Aus der Küche. Äh. Okay. Laufen wir mal schön gemütlich außen rum. Ich hör'n. Ich hör' Hunde. Ich hör' aber, was seh' niemand? Die sind hier draußen. What the fuck? War da oben eben was? Nö. Hä? Ich hör' sie durch das Fenster, hä? Die sind da oben irgendwo. Achtung. Na? Achtung, wieder schön auf die Entfernung gehen. Na? Alter. Das ist schon wieder eine angespannte Scheiße. Aber ich muss kurz auf die Uhr gucken. Gehtzig. Du musst dich orientieren können. Ups. Ja. Erstmal auf W drücken wollen und auf alle anderen Knöpfe drücken. Wie immer. Die Mega-Technik, um die Gegner zu verwirren. Wow. 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 Ich hör' immer noch Hunde bellen. Alter! Da kommt die Treppe tot runter gefetzt und schießt. Ach ja, na klar. Dass sie auch keine Kanaten dabei haben, wo sie irgendwie droppen können. Hau ab. Was ist das? Ich glaub, ich hab' ne Tür gehört. Ich hör' noch immer. Gegner. Alter! Wo? Wo war überhaupt die rote Tür nochmal? Warum ist das so laut? Hier ist denn, Mann? Als ob! Maulbeierdok... Was zum... Hä, wie steht der Hund da? Der steht da, als wäre er ein Raptor. Was ist denn das? T-Rex-Dok? Okay. Komm, ich hab' ein T-Rex-Dok. T-Rex-Dok. Oh, scheiße. Oh, 69. Das bringt Glück. Das bringt Glück. Ist alles in Ordnung. 69. Hälfte. Das bringt hundertprozentig Glück. Oh, shit. So viel zum Thema. Scheiße. Alter, was zur Hölle, Mann. Wo kommen die ganzen Spinnen auf einmal wieder her? Was mach' ich denn jetzt da? Muss ich mich da wieder voll übel durchkämpfen? Scheiße. Gib mir her, die Rüstung. Die beschützt mich. Ey. Guck mal, jetzt. Jawohl. Die Rüstung hilft mir. Die beschützt mich garantiert. Vor allem bösen Einflüssen. Auf dieser Welt. Beschütz mich mit deiner hohen Stirn. Rüstung. Achtung. Was geht's wieder los? Hier raus. Hier lang. Komm, beweg dich. Hier raus. Und auf irgendwelche Nazi-Baracken schießen. So wie immer. Na? Bam, 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 bam. Balababam, 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 balababam. Hier. Jupp. Alles klar. Okay, weiter geht's. Die Stelle ist nicht schwer. An die kommt man gut ran, an die Spinnen. Aber die Kacke hier ist halt wieder scheiße. Die sind hier einfach zu nah. Zum Glück ist hier ein Munitionslager. Also ich kann da ruhig ein bisschen rumballern. Alter, als ob. Was zur Hölle, Mann. Ich sehe gerade, dass sich die, das Fadenkreuz der Leben anpasst. Wenn man viel Leben hat, ist das Fadenkreuz grün. Wenn man wenig Leben hat, ist das Fadenkreuz rot. Oh, von beiden Seiten. Okay, ist nicht gut. Scheiße, genau deswegen. Alter, langer... Das ist doch kacke. Das ist doch richtig scheiße. Oh, nicht reingeendet. Na, na, na. Ich muss hier noch ein paar Nazis wegprutzeln. Jawohl. So. Ähm, hier lang. Jawohl. Ja, die sind jetzt schon da. Ich schaue halt die Hunde. Was? Warum sind die hier unten auf einmal? Die waren doch ganz letztlich hier unten. Was ist passiert? Da guckt mich ein Hund an. Als ob, wenn dich ein Hund beißt, explodierst du, oder was? Was zur Hölle, Mann. Okay. Warum sind da auf einmal die Typen schon gewesen? Alter. Die schießen so übertrieben. Das ist so übertrieben. Ha, jetzt ist hier noch niemand. Hier ist immer noch niemand. Was zur Hölle? Warum sind die eben so früh schon gekommen? Weil ich so nah am roten Schlüssel gestanden bin, oder was? Ist da irgendwo ein Trigger? Oder wie habe ich das zu verstehen? Was zur Hölle, Mann. So ein Fick, Alter. Schau, dass ich auch nicht auf dich zukomme. So an sich das so dreckig verstecken, überall. So richtig mies. Mach mal auf hier. Hey, ist das aber auch niemand da? Ah, du Hatter, Alter. Alter, warum sind die auf einmal so krass zielgenau schon wieder? Wirklich mich erarschen, was ist mit denen los? Verreckt doch. Ich habe nur noch sieben Lives, weil es auf einmal Turbo-Nazis waren. Ich bin schon erarschen. Natürlich, Alter. Die Tür geht auf, ich explodiere. Was sonst? Hopp. Als ob. Einfach mal, Alter. Hopp. Wow. Natürlich! Alter, wie genau an dem Geschossen lang? Aber siehst du dann, das ist ja ein Scheiß. Ich war noch gar nicht ums Eck, da hat schon geballert. Hätten die alle Psycho-Kräfte? Denke ich, die wären Mewtwo oder was? Was zum Teufel langer? Alter, was ist denn da los? Moment mal, ich muss mal was anderes ausprobieren. Nee, das kann ja nicht sein. Das gibt's doch nicht langer. Das kann doch echt nicht sein, nee. Das geht gar nicht an. Von wo kommen die überhaupt alle? Die spawnen da einfach so hin und her, wie sie lustig sind, Mann. Was ein Rotz. Junge, ey. Komm, geh auf. Was hieß? Alter, natürlich. Die Rakete fliegt wieder irgendwo hin. Hä? Hat schon gedacht, du hast auch... Alter. Turbo-Mega-Nazi-Bandle. Unauffaltsam, Alter. Unauffaltsam. Ist nicht normal. Das ist der fuck. Höh! Da ist noch einer. Shit. So nett, Alter. Von wo sind da die letzten Striche eigentlich gekommen? Warum sind die auf einmal weg? Ich hör was. Da ist noch einer. Von wo sind die bitte schon vorhin welche gekommen? Hier ist niemand. Hä? Ey, die machen doch was. Die wollen in dem Scheiß-Spiel lange. Das gibt's doch nicht. So, aber mal gucken. Kann ich schnell die Fläche einen anderen Weg gehen oder sowas? Was passieren, wenn ich hier durch die Küche laufe? Statt's außenrum. Nix, ja? Was? Ah ja, na klar. Wie der Weiner sofort instant wartet. Oh. Was ist denn, wenn ich hier lange gehe? Okay. Okay. Hallo? Ähm. Okay, ich hör irgendwas hinter mir. Äh. Äh. Wo war die rote Tür? Oh, da kommen sie. Ja, da kommen sie. Als ob langer. Als ob. Hau ab. Hau ab. Aber es hat ganz gut funktioniert, ey. Auch wenn ich fast verreckt bin. Alter, Freunde. Da muss ich... So genau aufpassen. Da muss ich so still sein, um alles zu hören. Ey, da sind immer noch welche. Guck mal, ob ich sie anlocken kann. War da was? War da was? Alter. Ist da noch was drin oder nicht? Ja, mit den Lives. Okay. Anscheinend sind die alle in dem Raum hier. Hau. Okay. Scheint still zu sein. Ah. Okay. Scheint gegliert zu sein. Aber die Frage besteht jetzt immer noch. Wie komme ich an das eine Geheimnis da hinten dran? Ist hier noch jemand drin? Hallo? Nö. Das hat mich jetzt auch gewundert. Ah, komisch ist es trotzdem. Wie komme ich da dran? Hier ist nirgendwo ein Riss. Wie komme ich da dran? Ich kann auch nicht durchschießen, ne? Oh, ich kann doch schon durchschießen. Sehst du was? Das sind die Klos. Hä? Da war aber kein Riss, oder? Äh, äh. Scheiße. Kann schon hier aus? Nö. Das ist ein bisschen komisch jetzt, aber naja, ich roll mal damit. Wenn's den Spieleentwickler glücklich macht. Meinetwegen. Gut. Sehr gut. Sieht so aus, als hätten wir es echt jetzt mal ein Stückchen weitergepackt. In einem Stück sogar. Ha. Alter, Freund, ey. Zeit für die rote Tür. Auch wenn ich nicht mehr weiß, wo die war. War Zeit für die rote Tür, ey. Ähm. Oh, das ist die rote Tür. Kurze Pause. Äh. Ah, okay. Guck mir mal, was dein Dice. Na, was holen's denn? Ja, na klar. Äh. 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 Okay. So, ich hab mal gespeichert. Das könnte vielleicht der Exit sein. Ja, was ist das Exit? Oh, Achtung. 33% Secrets nur. Ich hab zwei Secrets, glaub ich, gefunden. Also gibt's... Ah, wow, was ist denn jetzt los? Vier Secrets. Gut. Äh. Dann, äh, guck ich mal kurz, ob ich die Secrets noch find und häng das da hinten dran. Äh. Scheiße, ey. Jetzt bin ich froh, dass ich die ganzen Typen gekillt hab. Denn es ist ein bisschen Arbeit. Und wieder etwas, wo ich niemals drauf gekommen wär. Wobei... Obwohl, doch, wahrscheinlich nicht. Egal. Ich zeig's einfach, so wie immer. Als allererstes ist hier schon eins. Und zwar bezweifle ich, dass ich das jemals packen werd. Äh. Ich hab das ja schon verkackt. Äh. Also... Huuu. Das kann man ab so kriegen. Das ist so dumm. Ganz ehrlich. Ich find die... Abgefuckten Sprungpassage bei fucking Brutal Doom so furchtbar. Sind das normal, ey. Leg mich am Arsch. Ganz ehrlich, leg mich am Arsch, ey. Das ist... Dafür einfach nicht gedacht. So, springt man von dort nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach, dann springt man hier drauf, läuft da entlang. Und dann ist hier ein kleines Schildaschen. Das kann man abballern, das kann man drücken. Wie auch immer, was man macht. Und dann läuft man hierher. Flupp. Und dann, hey. Noch eine coole Waffe. Der Minigun-Ersatz. Ziemlich geiles Ding eigentlich. Das hängt ja auch so viel Munition wahrscheinlich dafür. So. Als nächstes... Fliegen wir mal wieder kurz hier rüber. Flupp. Hier rein. Und zwar... Die Flamme macht doch etwas. Bloß, ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert, weil es bei mir einfach nicht funktioniert hat. So kann man die eigentlich drücken. Aber, es passiert einfach nichts. Oh nein, das ist ja irgendwas, was ganz schnell gehen muss. Okay. Kapische. Und zwar habe ich das nachgucken müssen, weil ich das niemals gerafftet. Oh ja. Warum ist hier das Bild? Tja, weiß kein Mensch. Aber, ich bin immer noch ziemlich sicher, dass das das Hitler-Bild ist. Das Bild, was Hitler damals gemalt hat. Da war ja ein großer Kunstfreund. Und sein guter alter Führer. Der alte Spinner. Und der hat, glaube ich, das Bild sogar gemalt gehabt. Aber ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ich müsste mal gucken. Um das wirklich bestätigen zu können. Und das letzte Geheimnis... Das ist auch was, worauf man nicht kommen können. Also, das ist leicht. Ich habe bloß halt nochmal gucken müssen, wegen der blauen Flamme, weil das nicht funktioniert hat. Oder was heißt das nicht funktioniert? Ich habe das halt nicht gecheckt gehabt. Ich hätte da jetzt ewig gesucht und hätte es niemals gefunden. Ähm, war das das? Ja. So, hier hinten rein! Scheiße. Und wieder raus! Und das war's. Also, das müssen alle... Secrets gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann ja nicht lang fliegen. So, jetzt hier raus. Raus. Und wieder Richtung Ende von dem Level. Das Gewehr ist ziemlich geil. Das ist ein cooles Maschinengewehr. So. Also, von der Art, wie das aussieht, finde ich es ziemlich cool. Benutzt habe ich es noch nicht. Aber ich denke, dass es einfach wie ein Minigun-Ersatz wird, wo halt etwas ungenau ist. So wie das Maschinengewehr, was man halt da in dem Level bekommen hat. Ich sage, jetzt störend. Will ich jetzt immer auf die Minigun? Und kommst du erst mal auf das Ding? Ja. Aber das zeigt keine Munition an. Warum? Moment mal. Wieso? Wieso hat das Ding keine Munition angezeigt? Warte mal. Ich verliere aber keine Munition. Und ich hänge fest. Willst du verarschen? Geh doch. Willst du nachladen? Nö. Ich verliere aber keine Minigun-Munition. Was soll denn das heißen jetzt? Ist das einfach leer, dann irgendwann das Ding oder was? Okay, das wird also niemals benutzt. Interessant. Egal. Speichern. Zack. Rein hier. Ah! Ich habe eins vergessen? Hä? Moment. Tja. Komische. Ich habe eigentlich alle Secrets. Die grüne Flamme? Ich habe nichts zu verloren. Hä? Ich habe alle Secrets. Irgendwas stimmt nicht. Anscheinend hat es mir irgendein Secret entweder nicht angerechnet oder... Ich habe ein Secret durchs Speichern verloren. Das habe ich ja noch hier. Ja, das habe ich. Machen wir hier auf. Moment mal. Ist das jetzt nicht angerechnet oder was? Doch. Das habe ich auch. Achso. Ähm. Mal auf. Mal auf. Das Secret hier. Habe ich auch. Ja, das Secret habe ich auch. Hä? Was sind bitteschön fehl, Langer? Das hat mir anscheinend irgendwas angerechnet. Das ist jetzt aber wieder komisch, ey. Moment mal. Ähm. War das hier? Das habe ich auch. Das hat es mir nicht angerechnet. Wünsche mich erarschen. Das Ding hat doch sogar gefehlt. Alter Freund, Mann. Oh. Lange heißt das nicht normal manchmal hier. Da ist auch oben drauf, ne? Sauerei, ey. So was. Und die Waffe hier lässt sich echt immer auffüllen. Die hat keine Munition. Das ist auch komisch, ey. Komisches Ding da. Ja, ich kann da nicht drüber fliegen. Warum auch? Warum sollte ich das können? Meine Herren. Aber ehrlich gesagt, so Sachen hier, wie diesen Teleporter oder so, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das wirklich versucht haben im Zweiten. Dass der Hitler da rumgebastelt hat. Ganz ehrlich. Da, wie gesagt, da ist so ein Scheiß, ist er echt abgefahren. So, mal gucken. Geht doch. Junge, endlich. Menschens, Kinders. Äh. Ui. Was ist denn jetzt los? Äh. Naja. Das war's für den Part. Also dann, bis Tage. Wiedersehen. Näht'un. Wie gesagt. Du dahint. Ich bin. Wie gesagt. 라고.